Etwas aus Verschwörungstheorie abzutun, das ist das Totschlagsargument des frühen 21. Jahrhunderts. Jede Diskussion soll obsolet gemacht und der Anhänger einer konkurrierenden Hypothese als Schwachkopf diskreditiert werden. Zu dieser Keule griff auch die Crème de la Crème der internationalen Virologie, darunter der Charité-Chef-Virologe Christian Drosten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist kein Ausspruch von Herbert Kickl, das ist auch kein Ausspruch von mir, sondern das ist ein Zitat, das man der Welt vom 06.12. entnehmen konnte. Und ich glaube, das ist genau der Kern des Themas, mit dem wir uns heute auseinandersetzen wollen und auseinandersetzen müssen. Das ist einfach das, was in der öffentlichen Wahrnehmung passiert. Das ist einfach das, was im Zusammenhang mit Zensur passiert ist. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir hier in Österreich hinterfragen müssen.